Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Auf dem Transfermarkt ist es ja bei uns ein bisschen ruhig geworden. Natürlich haben wir schon einiges gemacht, vor allem auf der Zugangsseite, aber da soll ja auch noch einiges folgen. Und da stellen sich auch viele Schalke-Fans die Frage, inwiefern es denn möglich ist, wirklich auch attraktive Spieler zu holen, die unsere Mannschaft nach vorne bringen können und in der Bundesliga wirklich eine Qualität reinbringen und natürlich auch, was unser Handlungsspielraum ist im Bereich des Transferfensters. Und da hat sich nun mal Ruven Schröder zu geäußert. Der ist nicht so groß, dass man jetzt wirbeln oder sagen kann, wünsch dir was. Aber ich glaube, wir haben immer noch genügend Möglichkeiten, um attraktive Spieler zu Schalke zu lotsen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und oftmals ist es dann leichter in der Entscheidungsfindung. Was man nicht kann, kann man nicht. Man kann auch relativ kleinen Verhandlungen sein und sagen, bis dahin gehen wir. Und genau deswegen ist ja auch am Ende der Deal mit Christopher Julian gescheitert. An sich war ja man da sich schon so grob wie einig. Transfer war eigentlich schon gefühlt durch, der Medizincheck absolviert. Aber dann gab es eben doch noch ein paar Details, die einen Deal nicht möglich gemacht haben. Zumindest stand jetzt nicht. Und deswegen gab es eben da auch keine Zusammenarbeit. Und ich denke mal, das ist auch vollkommen okay, mit diesem Handlungsspielraum zu leben. Natürlich ist das vor allem auch für Schröder eine Challenge, damit eben dann auch einen Bundesliga-Kader aufzubauen, der gut genug ist, die Klasse zu halten. Aber wie er sagt, wir können attraktive Spieler holen. Möglicherweise muss man einfach nochmal einen Ticken kreativer für werden. Und eben auch Zeit einplanen. Denn ich denke mal, wir sind uns alle einig. Ein, zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Verstärkungen, braucht es sicherlich noch für unsere erste Elf. Möglicherweise dauert es aber einfach noch ein bisschen, diese an Bord zu holen, weil man einfach nicht diesen mega großen Handlungsspielraum hat. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. An alle Schalker. Ein, zwei, drei, vier, drei, vier.